Es ist 16 Uhr und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rompies Unlimited Crews. Beim letzten Mal haben wir endlich den Weg weitergefunden. Und diesmal wollten wir uns auch noch ein paar Knochen holen, damit wir endlich weiterkommen. Aber sonst muss ich mir natürlich erstmal ein Weg warten. Geht mal schön aufs Weg. Bambus. Mach, ich hab gesagt aufs Weg. Bittergras kann ich schaden. Hm, was will ich eigentlich nicht? Es geht nicht. Okay, dann bin ich noch. Dann komm ich ja endlich weiter. So. So. Lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Nicht wahr? Ach so, die verschwinden auch noch eine Weile. Aha. Deswegen hab ich nie so viele gefunden. Verstehe. Ich werde dir helfen, mich anzugreifen. Ich werde dir helfen, mich anzugreifen. Bitteschön. Na gut. Wenn du dich willst, dann bleibst du halt außen vor. Hier Bananen. Nein. Nein, ich will hier hoch. Und dann möchte ich auch bitte hier. Ähm. Zu wenig GP. Einzelne sind Punktung. Na sicher. Was hab ich hier? Golden ist eigentlich ein Goldenei. Braucht. Das bringt ordentlich. Bittergras. Klar, geht gleich. Immer noch zu wenig. Moment. Davon braucht er drei. Das ist ein Teil, ne? Heilkräuter. Ach, na gut. Für die werde ich immer wieder finden, diese Heilkräuter. Ich glaube, es passiert nichts. Wie wird das denn? Ja, ja. Hey, bitte! Der ist schon so ein Wettbewerb! Das ist nicht so ein Wettbewerb! zu weit gegangen. Aha, und wem begegnen wir jetzt? Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Warum müssen es gerade jetzt zwei sein? Sie... Dieses Mal zwei... Sie... Sieh an, Sieh an! Hallo! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Na, bitte! Ich wollte das nicht! Ich möchte gegen keinen von euch kämpfen! Darauf... Darauf fallen wir kein bisschen rein! Dreckige Hallung! Also, Krieg und das... Und der andere war... Schau gar nicht! Wie ist der? Ah ja, Captain Black! Genau! Der war... Der war... Aber jetzt bin ich ein anderer! Der war... Du scheinst zu zittert! Ach, er zittert nur vor Wut! Ist doch so, oder? Los geht's! Mit euch beiden nehmen wir es gleichzeitig auf! Dann... Diesem Wunsch entsprechen wir... Entsprechen wir gern! Nicht wahr, Dong? Genau, Kuro! Der Tausend Pläne! Mein Plan wird... Wirklichkeit... Äh... Entweder diese Größenwahn-Sieg nur mit! Wir werden jeden einzelnen von euch auslöschen! Wow! Woah! Boah! Wow! Das war eine gute Kombi! Leider hat's so ein bisschen... Wow! Ich muss sagen, wir haben's wirklich drauf! Nami hat leider noch... Vielleicht hätte ich mit Nami... Nami doch ein bisschen mehr kämpfen sollen. Oh ja! Ja gut, das ist doch nicht allzu viel... Bleistern-Todesfeuer! Na toll, das kommt ein bisschen zu spät, aber wassort! Oh ja! Ja! Aufsache du bist erstmal Der Typ geht ja echt auf den Senkel Oh Blut nach oben Oh Scheißnücke Mach dir keine Sorgen schon weg Kevin Black ist wirklich mies Woh 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 Und den einzigen gehen nachher noch ein bisschen raffy Oh mein Gott Oh nein Ok BAM 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 Wow! Ich brauche irgendetwas, was heilt, irgendetwas, was heilt. Nektar, Grundmaterial, Zutat von Wilno. Irgendetwas, was beteiligt. Ähm, 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 das ist das Leben, ähm, kann nicht gelegt werden aus so'n Schiet. Wow. So. Komm her. Ja, was ich jetzt ein bisschen leiser war, äh, oder besser gesagt still war, der Kampf hat doch ganz schön gezerrt. Muss ich schon, das muss ich schon sagen. Boah. Okay. Maximal GP auf 6, gut. Auf 5. Neue Komponente erhalten. Umwandlung in Punkte möglich. Na, dafür werde ich bestimmt auch noch welche brauchen. Was? Wie geht's? Das hat ekelig geschmeckt. Ach, echt? Wahrscheinlich wegen der schlechten Charakterzüge von den beiden, die da drin waren. Seht, dieses Mal gibt's zwei Schätze. Unsere harte Arbeit hat sich gelungen. Ich glaube, du hast vielleicht selbst ein paar schlechte Charakterzüge. Schande über dich, Frankie. Wie kannst du nur sowas über die arme, süße Nami sagen? Seht euch dieses schöne, elegantes Lächeln an. Dankeschön, Sami. Du brauchst ihn nicht bei mir zu bedanken, Nami. Das ist nichts als die reine Wahrheit. Dieses dämonische, welchen zwingend Männer hier zu gehorcht. Gab ich, Chopper, mich täuschen lassen. Lass ich mir. Ich weiß zwar nicht genau, was du meinst, aber ich werde vorsichtig sein. Was redest du denn? Das war ein Quatsch einlösser. Blaufrucht 5 Mal. Rote Kugel in Tor gefunden. So, das war's jetzt hier. Ach ne, ich komm ja hier weiter. Trotzdem sollte ich erst mal zum Schiff zurück. Ansonsten habe ich nämlich ein kleines Problem. Nein, 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 nein. Los nicht. Bleib mir ja vom Leiden. Denn ich habe so langsam Probleme hier. Nein, 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 nein. Nein, da komme ich nicht rüber. Da komme ich auch nicht lang. Verdammt, verdammt. Das ist nicht gut. Das ist ja nicht gut. Wow! Lass mich bloß halt zurück zur Sunny kommen. Nein, ihr lasst mich schon in Ruhe. Ne, 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 ihr könnt nicht mal, ihr könnt nicht einfach alle pannen. Und jetzt rennen, Raffi. Boah. Puh. Endlich wieder aufgefüllt. Riesenschleuer kaputt. Moment, haben wir davon auch jetzt genug? Hm, zwei habe ich wohl. Dann stellen wir das her. Das war, das war glaube ich dieses Dial, ne? Nein, der Klimataktstoch. Donnerball. Von denen haben wir auch genug. Ach komm, Stämme her. Was soll's. Gleichstern, Todesschuss, Power, Scharfschutz. Jett-Dial, Impact-Dial. Mir fehlt da noch ein Stückchen Lehm. Und mir fehlt noch welche von diesen Muscheln. Und hierfür fehlt auch noch Lehm. Also gibt's noch so einiges zu tun. Wir können aber auch noch ein bisschen kochen. Stell ruhig fünf her damit. So. Raffi werden wir ein bisschen ent... Raffi, ja, Zorro. Nami kriegt auch noch was. Äh, Frankie hat eigentlich genug jetzt, äh... Never Rubble. Popkunst, Level 1. Ermöglicht fortgeschrittenes Kochen. Davon haben wir auch ein bisschen Platz. Oh, mehr SP. Auf jeden Fall für Raffi. Und Zorro. Ach so, der findet mir ein Fisch. Da findet ihr... Nee, da findet mir noch... Da findet mir diese Rumme. Medikamente. Doppelwirkungskapsel. Kapsel, die verlorene Kraft und Ausdauer wieder gewinnt. Stell viel TP und SP wieder her. Ach, wir werden dann gleich in die Itemtasche. Ach so, ich... Ich hab ja... Na, stell mal gleich hin. Gleich rein damit? Heiltrank. Ich brauche bessere Arznei. Muss man meinen Trumpf ausspielen. Das Level von Kunst der Minikamenten-Mischung ist leider noch zu niedrig. So, dazu muss ich Level 1 zu haben. Habe ich das also noch nicht, so ein Schild. Obwohl ich davon eigentlich genug habe. Gut, dann würde ich sagen... Ja, eigentlich könnte ich ja die Folge jetzt hier schon beenden. Wollen wir noch ein Spinnennetz? Ja, dann würde ich sagen, beende ich die Folge hier. Das nächste Mal werden wir dann weiterschauen, wo es denn dorthin noch weiter lang geht. Damit wir auch den zweiten Boss endlich Besieg kriegen. Und dann auch quasi zudrücken, wenn sie weiter können. Allerdings bin ich nie weitergekommen. Bei meinem anderen Spielstand, den ich hier habe. Also sozusagen, ich hab den Boss dann noch nicht Besieg gehabt. Also von jetzt ist eigentlich auch alles mehr bleib. Also gut, das soll es jedenfalls für diese Folge gewesen sein. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr um 17 Uhr wieder einschalten würdet zu Rumpies Unlimited Cruise. Bis dahin habt noch eine schöne Zeit. Und ihr könnt ja auch bei Zelda weiterhin reingucken. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch erstmal einen schönen Tag. Und wir sehen uns später. Bis dann. Ciao.